hallo liebe zuschauer zum trading tipp die versorger stehen heute im fokus nachdem rwe quartalszahlen vorgelegt hat die kamen jetzt nicht so gut an die aktie verliert über drei prozent zumindest kurz vor der sendung war das so und offensichtlich schichten die anleger etwas um und zwar ein eon die bringt erst ende november zahlen aber die aktie wir sehen es leicht auf dem vormarsch wir sind dabei diese hürde hier im bereich 9 euro 10 ja zu überwinden zu überwinden zu überspringen und damit eben ein neues kaufsignal zu generieren das liegt im bereich der 200 tage linie bei etwa 9 euro 30 das sind jetzt erst mal zwei prozent noch nicht die welt sollten wir diese hürde auch überspringen dann wird es interessant dann kann es durchaus hier in den bereich der jahreshochs gehen bei 10 euro 20 das wäre natürlich schon mehr potenzial und deswegen auch ein grund hier mal mit einem faktor long auf diese aufwärtsbewegung zu spekulieren das kann sich auch innerhalb der nächsten zwei drei wochen eben darstellen ein eon faktor long mf1 gdq ist die wkn unseres partners morgen stanley kostet 18,58 hat einen faktor von drei ja 20 30 prozent traue ich dem schein zu dann wären wir im bereich ich sag mal 24 euro stopp kurs den setzen wir bei 16 euro 50 das war's von meiner seite viel erfolg wünsche ihnen für den heutigen handelstag ja und morgen ist der nächste bis dahin